Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Life is Strange Before the Storm. So müssen wir jetzt hier rein, oder? Ich schätze mal. Eingang. Oh, gut. Du bist hier. Warum ist das gut? Ist das gut? Ja, das ist nicht gut. Ich sage dir, dass ich es in meinen Worten sage. Was ist dein Name? Miranda. Oh, mein Vater. Ich habe deine Hesse zu sagen. Gut. Ich habe mir, Miranda. Wichtig, wert was in der ganzen Welt. Viele Frau, ich habe mit der besten Begrüßt, und viele, die ich in der Zeit gehört habe, und viele, die ich in der Zeit gehört habe, Hath I listened? Tayden, du bist mir schützt. Du hast du Wochenende zu sein. Entschuldigung, Herr Keaton. Nein, keine Entschuldigung zu mir. Entschuldigung zu deinem Partner, der sehr akkommodiert wurde. Und zu deinen anderen Akteuren. Und zu dir. Herr Keaton, sorry zu interrupt, aber das ist besser. Ich habe meine Mutter es in ein bisschen. Rachel sieht toll aus. Das wird so surreal wie letzte Nacht. Wow! Looking good, Rach. Sehr cool. Exquisite, Rachel, wie immer. Herr Keaton, ich habe noch Probleme mit... Meine Gefühle sind dann sehr humble. Ich habe keine ambitionen, zu sehen einen schöner Mann. Ich meine, sie wirklich bedeutet das? Especially, weil ich gerade gesagt habe, ich habe alle Frauen gebeten. Ja, das ist hart. Ich gehe mal mit der typischen Chloe Antwort. Miranda ist ein Idiot, weil sie zu lieben sind dumm. Was ist sie? 12? Eigentlich ist sie ungefähr 15. Also, dein Punkt, wer auch du bist, über eine Idiot oder naiv sein, ist gut genommen. Danke. Danke, Mr. Keaton. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Oh nein. Ich habe jetzt eine erste Periode Improf mit einer Klasse, voll von Frischern. Ich werde nur eine Minute sein. Okay. Also, warum bin ich hier wieder? Oh, könntest du meine Kälte für mich nehmen? Ich glaube, es ist dort in meinem Lager. Ja, sicher. Okay. Okay. Uh, geh die Kälte, nicht sagen, keine dummste Scheisse, und nicht, wie, weg. Es sollte sein, richtig? R.A. R.A. will suck as Prospera. If V.C. had any talent, maybe she would have cutten the part. Talent? Is that what got Mr. K. to cast you? S.L.E.T. Yes, we don't call it drama lab for nothing. What to say? What to say? Etwas verbittet. Flättchen anprangern. Slutschaming is so 2009. V.C. should know. Suck a D, V.C. Suck a D. das ist gar nicht geto... R.A. Naja, das ist... Naisest backpack, I've seen in my life. Ach, es ist Rachels Ding, na klar. Rachel looks so happy here. Das ist Rachels Belt. So, was haben wir? ich will das jetzt zu Rachel geben. Internet, oder nicht Internet. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. We have feelings about this. Most of them are not good feelings. Nein. Why do theater kids take themselves so seriously? Rachel, I'm playing. Okay. Nathan Prescott. Oh Gott. Genau Dana ist das. Ich wollte dazu sagen, ich kenne die irgendwoher. Jetzt weiß sie auch wieder woher. Juliet kenne ich auch noch, so einen gewissen Ansatz. So, ja dann. Und jetzt hier hören. Und jetzt hier hören. Rachel Amber. Dramastar. und Guardian Angel. Ich kann noch nicht glauben, dass das letzte Nacht war. Heilingschein für Rachel. Jörner für Nathan. Ja. Just keeping it real. Nice. Ähm. So. Rachel? Rachel? Is this your belt? Yes. Thank you. Äh. Äh. Ich habe keinen Plan, was ich hier tue. Egal. Ich glaube, dass ich jetzt nicht in eine merkwürdige Situation reinkomme. Das war ein cooles Kostüm. Das war ein cooles Kostüm. Ich mag wirklich dein Kostüm. Danke. Also? Hast du die Blätter für meine Kostüm gebracht? Äh. Nur diesen Gürtel. Äh. Wie geht es um eine Kostüm? Perfekt. Das war jetzt merkwürdig. Das war jetzt merkwürdig. Das war jetzt merkwürdig. Das war jetzt merkwürdig. Chloe Price. Das war echt cool. Geh mir jetzt mal suchen. Ich habe nie ein Feuerwerk live gesehen. Ein ziemlich faches Show. Wir müssen es wieder tun. Um die Wahrheit zu erzählen. Ich ging zu Hause letzte Nacht. Ich wünschte, dass es nie zu Ende hatte. Aber dann habe ich gedacht. Warum? Warum muss es zu Ende sein? Das ist tiefsinnig. Vielleicht tut es das nicht. Vielleicht ist es nicht. Es muss zu Ende. Genau. Wie würdest du mich auf einer kleinen Feldtruppe sein? Aber ja. Ja. Ich war ja geboren. Lass uns hier rauskommen. Ich bin sicher, dass du nicht nur den Bus holst, oder? Nein. Wenn wir zum Rad gehen gehen, dann machen wir es richtig. Welch? Was in die Hölle bin ich hier? Wo geht das Ding? Nord? Vielleicht enden wir in Seattle. Ich habe einen Schraub, Christ. Die Sicht ist großartig. Upsi. Tut mir leid. Alles ok, ja. Ich habe gehört, es ging hoch her. Mit Drew und Nathan, hast du das gesehen? Ja. Lass uns später reden, alles klar. Ich will mich, um einen Schraub anzunehmen. Vielleicht eine dieser Schrauben. Ich glaube, wir sind nicht die ersten, die auf diesen Trenn zu fahren. Ich wundere, was die Symbolen bedeuten. Ohohoho. Nathans Vater ist ein Terminator? Das? Das? Das ist total wichtig. Ich fühle mich ziemlich sicher, dass hier ein totes Körper wird. Da ist mein Schraub. Und bewegen. Das Ding ist schwerer, als es sieht. Ich glaube, ich sollte unten sitzen. Okay, Chloe. Wir sind auf einem Schraub mit Rachel Schraub. Spiel es cool. Warum sollst du denn ausrasten? Angst? 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 Ist das, was dieses Gefühl ist? Ich wünsche, Max wäre hier, damit ich mich fragen könnte. Muss ich kleine Gespräche machen? Ist das, was die Leute tun? Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Schönes Wetter, warum nicht? Es ist eine schöne Rachel, die wir haben. Was? Ich meine, das Wetter. Es ist eine schöne Wetter. Oh mein Gott. Es ist sicher. Also. Es ist ein bisschen wunderschön, dass wir draußen sind. Ich denke nicht, weil ich nicht mit niemandem und ich habe keine Freunde. Du hast Freunde? Na ja, ich bin schon. Freunde. Singular. Ihr Name ist Max, aber sie hat sie für grüner, mehr nördere Pastoren. Das tut mir leid. Ich bin nicht mit dir vorhin, aber du hast eine Art Jedi-Mind-Pauere gegenüber Mr. Keaton und der Theater-Crew. Also. Du meinst, wenn wir über die Liebe in der Playen waren? Ich denke, du kannst sagen, dass ich gut mit Menschen bin. Ja. Also, nicht das Ding mit mir. Du wirst auf diesen Trennen. Oh shit. Ich glaube, du wirst wunderschön, was wir machen. Die Idee kam. Ja. Also. Ich wollte die Firma. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Ich liebe Gesellschaft. Nein, du wirst nicht tun. Ich brauche etwas mehr. Mal versuchen. Ich brauche mehr zu gehen als das. Ja. Joyrides mit mir sind nicht lustig. Joyrides mit mir sind nicht lustig. Joyrides mit mir wieder zu tragen. Leben braucht ein kleines Mysteries, Chloe. Lass uns etwas lustig machen. Okay. Äh, zustimmen, flirten, äh, zustimmen. Okay. Okay. Ich höre. Zwei Wahrheiten und eine Liege. Was? Ich denke, wir sollten zwei Wahrheiten und eine Liege spielen. Es ist ein Spiel, wo jede Person drei Fakten über sich gibt. Zwei von denen sind die Wahrheit. Und eine von denen ist eine Liege. Genau. Und dann muss die andere Person wissen, welche welche. Okay. Lass uns Spaß machen. Du bist auf. Ich beginne. Erstens. Ich bin Ambidextrous. Zweitens. Ich wurde in New York geboren. Die Lande von Fashion und Broadway. Von dem ich einen Tag zurückkehren werde, wenn mein heinziger Exile hier in Arcadia Bay kommt. In New York? Ich bin nie. Ich bin nie. Nicht ein Weltkrieg? Nicht, zumindest nicht. Wenn du irgendwo woanders gehst, wo du gehen würdest? Russland, Grieße... Kathmandu? Kathmandu? Ich werde ein Tag auf dem Everest schieben. Ich habe gedacht, du wolltest nach New York. Was ist deine dritte Sache? Meine dritte Sache? Drei Wahrheiten und eine Lüge. Du sagst drei Dinge. Genau, ich bin ein Leo. Meow. Okay, so, ambidextrous. Born in New York und ein Leo. Gotcha. So, was ist die Lüge? New York, glaube ich hier, dass sie Löwe ist, glaube ich hier auch, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass sie beidhändig ist. Scheiße. Herrlich? Sign your name with both hands. Sign where? Seriously? All the bad girls do it. Come on. Scheiße. Ich habe gesagt, die Lüge war in New York. Ich hätte dir das wirklich geglaubt. Ich hätte dir das wirklich geglaubt. Broadway, hier komme ich. Cool. Okay, dein Geil, Price. Okay. Erstes Fakt. Okay. Something about myself. Should I start with a lieb or with the truth? Or should I cheat? Let's see how good she really is at this game. Äh, Lüge. Ich schlug jemanden und brach ihm die, warte, ich schlug jemanden und brach mir die Hand. Ich bin allergisch gegen Katzen. Ich bin in einer, ich bin in einer Band. Äh. Ich habe meine Hand, um Stefanie Kowalski in der 5. Kategorie zu spüren. Keine Chance. Die B***e hat meine Yuhu. Sie schlug ihr die B***e aus. Ich sehe, du möchtest, dass du dir selbst schreiben kannst. Das hilft mir, zu fokussieren. Das hilft mir, zu fokussieren. Also, sweet scar. Ich liebe Wissenschaft. Ich will als Kind Piratin werden. Ich liebe Wissenschaft. Naja, das tut sie sogar nicht. Egal. Ich liebe Wissenschaft. Gerne, ich denke, Neil deGrasse Tyson ist die B***e. Huh. Ja? Ich liebe dich, als ich als Kind bin. Jetzt macht mich zu fokussieren. Das ist... Weird You're hella mysterious, Chloe Price Uh, hella? Who says that? It's a Cali thing Anyway, I think I have your number I'm not sure why country music makes you throw up I'm a complex girl, Rachel Well, I think it's probably true Also, I kinda like the Dixie Chicks You and David both No accounting for taste Who's David? He's... The guy my mom's seeing, I guess Oh, and you don't like him It's still so weird That she's dating someone My dad and my mom They were totally in love You can tell how fucked up she is now Just by how she's settling for David He's this total hard-ass Ex-military jag-off type Like the opposite of my dad Oh, that sucks Yeah David has no respect He acts like I'm some kind of problem to solve Sometimes I am a problem though That's a load of bullshit What? What? What do you mean? You're not a problem, Chloe You're a person It sounds like the only problem is David You need to hit him where it hurts The only thing that David loves Has four wheels and a four barrel carburetor Oh, god A muscle car? I'm probably going to steal it soon So... Let me know if you need an accomplice The friends of the Steve, huh? You say you love science But you are failing chemistry You're saying failing chemistry means I hate science Or that Blackwell doesn't inspire your best work Blackwell's tea, hello That place is a hellhole filled with shit Where shitty people go to be shitty to each other and themselves Tell me how you really feel though Anyway School sucks, but you love science I'm gonna say true Now About this broken hand story It's not that I don't think you could knock Stephanie Kowalski out Well A bitch takes your yoohoo She's gotta get got Damn straight But You didn't get that scar from punching someone No That scar Is from a distal radius fracture How could you possibly know that? I broke my wrist when I was 10 Ah The point is I know that the scar you've got comes with breaking your wrist when you fall Like From a skateboard? Yeah I guess Six years ago Seven I was like I was like You're a good liar I thought I was a good liar Good thing you're pretty Oh So If my math is correct You told me two truths and one lie What? You expected me to cheat? Winners make their own rules, Chloe You are crazy good at this game You are crazy good at this game A lifetime of studying the human condition Well I'm impressed I bet it's hard to impress Chloe Price I'm gonna feel good about that one When your dad is the district attorney I guess lying is Something you're used to Seriously? Seriously I know who to call if I need to get out of a ticket then Not that I have a right of my own Car first Embarrassing number of moving violations second Hey Thanks for trusting me Trusting you? You played the game Also You told me about that dickwad David Now he's on my shit list too Hell yeah Mustache brain won't know what hit him I guess You opened up a lot That's all It's not a big deal Hate to break it to you But Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay As a bastion of trust and empathy I'm just not really into touchy-feely shit But I feel like I can trust you Yeah? I got on this train with you Didn't I? Fair point Fair point Fair point Wouldn't mind listening to some music I wouldn't mind listening to some music I have to say the graphic is better than that Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich muss sagen, die Musik geht nach wie vor klar bei diesem Spiel. Ist nach wie vor genial, finde ich. So, Zeit für ein bisschen Smalltalk wieder. Ich muss zurück in Long Beach oder woanders. Vielleicht schneller als weiter. Äh, was? Ich verstehe. Uh, spring. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Okay. 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 Ich habe eine neue Spiel für uns zu spielen. Eine andere? Ich habe die Spiele gefühlt. Das ist das. Das ist das, was ich in Theaterklasse gelernt habe. Es geht um Improvisation. Ich weiß, dass die Welt ein Spiel ist und so. Aber ich bin ein Künstler. Wirklich? Ich sehe, dass du immer in der Schule so schwer wie du bist. Ich... Das ist... Verdammt. Haha. Das läuft wohl nicht wahr? Ah, out of order. Well... Shit. Das war mein letzte Quartier. Du? Quartierlos. Verdammt. Hey. Vielleicht kann ich MacGyver oder was auf. Ich habe gesagt, dass ich ziemlich handvoll bin. Oh ja? Mal sehen, was du hast. Ich habe ihn wirklich nicht versucht. Ich will. Ich möchte es für sie arbeiten. Ich möchte es für sie arbeiten. Das ist ein altes Knie. Und ich will... Das ist ein Dramat. Und du sagst... Das ist die Worte? Okay. Ich muss das ganze Zeit auf das Busschen. Das ganze Zeit ist gut. Aber wie möglich. Das ist nicht möglich. Die Rachele ist noch in da. Ich warte, um sich frei zu sein. Huh. Ich kann es nicht aufbauen. Ich kann es nicht in da rein. Vielleicht Rachel hat etwas, was ich kann? Das sollte rein theoretisch nicht funktionieren, aber wie kann sie so viel schreiben? So warte mal, worum geht es jetzt hier eigentlich, ach es geht um diese Hausaufgabe, ne? Glaubst du, ich weiß nicht, dass sich das im Periodensystem f***t euch liest? Ich habe dafür Ärger bekommen, ja passiert Du hast mich gerade eine Fotese genannt Du bist so tot Alles klar Dramatisch! Das sieht immer so leicht aus in den Filmen Ich weiß, ob ich ein paar Dinge leichter zu nutzen Okay Alles klar, lass mal gucken Dwight Mueller really killed it with this statue of an explorer guy Where are all my explorer ladies at, though? Probably at home, washing laundry and spitting out kids Fuck you, Dwight I guess nature doesn't quite provide I wonder if I could use this to get the quarter out Stealing a dedication plate takes persistence Hey, aufgepasst, Wels ist auf dem Kriegspfad Oh nein, ernsthaft Ich versuche nur zu helfen Haha, wir Replikanten müssen zusammenhalten Oh, wir sind ja auf dem Kriegspfad Was ist denn das? Wenn Max hier wäre, würde sie wahrscheinlich eine schwarze und leute Fotograf nehmen Und es nennen sie Innocent verloren Oder ein paar Sch*** Berskapp, Power, Activate Ich will dir nicht angeben I don't want to boast So I'll let you do it for me Chloe Price You are truly the viewfinder whisperer I stand in awe of your powers So liebe Leute, ich mache hier mal einen Folgenbreak Wir sehen uns wieder zum nächsten Part von Life is Strange Before the Storm Episode 1 Bis dahin, haut rein und tschüss Bis dahin, haut rein und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Amen.